. 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 Verdammt. Hab ich aus Versehen losgelassen. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Das war jetzt ein bisschen blöd gerade. Und jetzt? Geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Äh, ein oder zwei Mal. Hier, komm schon. Du bist dran. Und wenn ich gerade nicht hoch kann, dann muss ich halt irgendwo links oder rechts. Wahrscheinlich rechte Seite. Ne, linke Seite. Okay. Da komm ich hoch. Okay. Okay. Was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Bist du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Ähm, mal ja, mal nein. Aktuell? Ja. Nein. Mhm. Mein Bruder hat also eine Freundin? Ah. Oh, oh. Okay. Wow, 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 wow. Alles klar. Oh, 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 oh. Halt mich fest, halt mich fest. Okay. Easy. Ich komme mir hier vor wie... ein Tomb Raider gerade. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Hier durch, direkt hinter dir. Wo bringt der mich denn hin? Also das wird... Okay. Okay. Durch die Mitte. Ganz schön vorsichtig. Oh. Ganz schön vorsichtig. Alles klar. Ups. Ist das eine Sünde? Machen wir auch. Ja. Respekt, mein Freund. Ja. Ich habe geübt. Ich habe geübt. Drei Tatsam. Aha. Aha, okay. Okay. Okay, weiter. So. Einfach Muss ich dir helfen oder kommst du von alleine hoch? Nee, du kommst von alleine hoch Alles klar Ernsthaft? Wenn du jetzt auf die Ist schon das zweite Mal, dass ich hier gestorben bin, Mensch Weil ich zu voreilig bin Geh einfach um die Ecke, alles klar, machen wir Oh, das sieht gut aus Oh, schnell hoch Schöner Ausblick, was? Ja, nicht schlecht Oh, sieht schon ganz nett aus Kann man so machen Oh, aber du kennst den Weg, oder? Wo bringt dir mein Bruder mich hin? Okay, was machst du da? Da hängst du Und schau mir zu Okay Ja, genau Okay Jetzt bin ich dran Du schaffst das Du schaffst das, Nate Na, easy, easy Und Und da Oh, Mist Wow, 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 wow Ich hab gedacht Ich fall schon wieder runter Oh, Mann Geschafft Ja Natürlich Jetzt erzähl mir doch mal Wo du mich hinbringst Hier Folge mir Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran Oh, ja Nice Echt? Ja, echt Ich folge dir dann Okay, L1 Ah, okay Das ist sehr einfach Und Runter Also, sowas hätt ich gerne früher in meiner Jugend auch gemacht Das ist geil Und jetzt, wo wollen wir hin? Wahrscheinlich Treppe runter, oder? Okay Nach dir Nach mir Ey, nee Treppe Das hab ich mir früher nie getraut So runter zu schlittern An so einer Leiter Genau so Und draußen Okay Sieh mal Oh, geil Wow Eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin Wie krass Ja Die ist geklaut Wow Ich klauen? Ey, du solltest wissen Ich hab mich Alles 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 klar Ja komm Ja komm Spring auf Was? So etwas machst du doch Nur wenn du Etwas gut machen willst Du bist ein ziemlicher Klugscheißer Weißt du das? Okay Ich hab da diesen Job Gutes Geld Sehr gutes Aber Ich muss eine Weile weg Oh Was ist eine Weile? Na? Für Ein Jahr Höchstens ein Jahr Und dann bin ich ruckzuck wieder da Okay? Du lässt mich hängen Ach komm Mach's nicht so dramatisch Warst du denn nicht schon genug Mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey halt Ich mach das für dich Das Geld das ich verdiene Ist für uns beide Und wenn du in ein paar Jahren Reisen In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit Ich komm selbst kaum über die Runden Ich kann helfen Ich weiß du findest das Waisenhaus beschissen Wenn du wüsstest Ja aber es ist für dich gerade das Beste Ein Waisenhaus Du musst mir jetzt einfach vertrauen Das ist nicht fair Hey Das Leben war noch nie fair zu uns Aber wir sind noch da Oder? Stimmt Tja Weißt du Das Motorrad war nicht die einzige Überraschung Und die nächste muss ich dir wohl verderben Was? Ich hab Mams Kram gefunden Alles was Dad verkauft hat Ich kenn den Käufer Sagst du mir das damit ich mich besser fühle? Nein ich schwöre es Wo? Ah Am anderen Ende der Stadt Wollen wir hinfahren und das holen Na klar Du meinst still Es ist nicht gestohlen Wenn es uns sowieso gehört Ich fürchte die Polizei sieht das anders Na dann lassen wir uns nicht erwischen Auf geht's Bist du bereit? Oh ja So spiel ich jetzt den Bruder Oder fahr ich die ganze Zeit nur hinten mit Oh ne doch nicht Okay Was ich bin im Knast? Warum bin ich jetzt im Knast? Was hab ich gemacht? Oh jetzt hab ich Ich hau die Idioke voll So macht man das Er lacht mich aus Wow 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 Komm her Komm her Nein 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 Voll auf die Nase Voll auf die Nase Voll auf die Nase Nein Komm her Zack Und noch ein Kedaten Komm schon amigo Das ist nicht fair Nieder mit dir Ach man Gerade wo es schön wurde Gerade wo es schön wurde hier Musste ich schon wieder aufhören Nie 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 Jetzt kriege ich auch noch die Einzelzellen Oder was? Direkt vor dir Geil Und ein leeres S-Tablett Wie lange bin ich da jetzt drin? Die haben mich bestimmt ein paar Tage eingesperrt da drin Steh auf Oh man Ich hatte gerade so einen schönen Traum Hey 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 Schon gut Langsam Ja ganz ruhig Ganz ruhig Oh zweiter Part Ein höllischer Ort Das ist natürlich so ein Knast Wo keiner rein möchte Ja ja Lappen mich nicht voll Schwimmt so ein mexikanischer Knast Oder so Oh es geht ans Tageslicht Oh ist das hell Panama Panama alles klar Ich glaube ich habe Ich glaube ich habe ein kleines Problem Ich glaube die sind jetzt alle gegen mich Scheint hast du Fans Ja das Publikum liebt mich Soll ich jetzt hier? Ich glaube ich habe ein bisschen Spanisch Weißt du Moment Was hast du gesagt Okay Oh nein Oh nein Jetzt kriege ich glaube ich auf die Fresse Ich sehe euch nicht Nein Oh oh Boah Glück gehabt Nein Was willst du denn Wohin bringst du mich eigentlich Oh ne da muss ich hin Wahrscheinlich in irgendeinem Folterraum oder sowas Oh es geht wieder runter Ja Überhaupt nicht zwielichtig Hey das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors Hm Nach links Nach links okay Ja schon klar Da durch Oh Hier durch Das sieht nicht gut aus Hä